Morgen. Morgen. Neuer Tag, neue Route. Heute machen wir mal was ganz anderes. Wir gehen zu einer Hütte. Und zwar dieses Mal zur Gramei. Auch ein wunderschöner Weg. Heute Morgen ist es ein bisschen kalt, finde ich. Wir hatten heute Morgen 10 Grad Minus. Oh, ja, das merkt man im Gesicht. Es ist kalt. Aber wunderschön. Ja, wir hoffen, dass wir gleich so ein bisschen Sonne abbekommen. Wie weit die Strecke ist, keine Ahnung. Einfach laufen. Ja, ich glaube, eineinhalb Stunden werden wir wohl gehen, ne? Ja, wie immer. Ja, wir freuen uns. Und die Sonne schreien. Ja. Und der Berg ruft. Ja. Ja. Heißbelange. Ja. Da werden noch die Läufe präpariert. Die Läufe präpariert. Josherberg Liich. World. Das war's für heute. Wie lange sind wir jetzt am Laufen? Eine halbe Stunde? 45 Minuten, 2,1 Kilometer Aber wir haben immer noch 7 Grad Minus Ja, das merkt man aber auch, das ist ein Schatten, ne? Ja Aber die trockene Kälte, ne? Ja, das ist ein wunderschöner Weg, da braucht man viel drauf und... Da sieht man schon die ersten Hütten, wo man einkehren kann Die Sennhütte und die Pfalzturnhütte Und dann geht aber der Weg weiter zurück am Main Und der ist ein wunderschöner Weg Ja, das ist ein wunderschöner Weg Das ist ein wunderschöner Weg Und dann geht's 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 Und dann geht's Und dann geht's Und dann geht's Um Wenn du Da ist iel Ja, aber das ist nicht aufer, aber fast schneller, wenn es nicht geht. Das ist die erste Hütte, die Sennhütte. Die Hausenstation, sehr empfehlenswert. Ganz kleine, urige Gaststube. Ganz schön. 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 Sogar Mai einmal 3,5 Kilometer. Hier hat er geöffnet. Ganz schön. Ganz schön. Ganz schön. Ganz schön. Nase. Da geht es steil nach oben. Ja, das ist nicht so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Weit und breit, keine Menschenseele zu sehen. 5,37 Kilometer sind wir bis jetzt gelaufen. Und da hinten sind wir noch, der Langläufer. 5,37 Kilometer sind wir, bis jetzt gelaufen. 6,37 Kilometer sind wir, bis jetzt gelaufen. Und da hinten sind wir, bis jetzt gelaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Und Ziel erreicht. Jawohl. Ich glaube, man könnte noch weiter gehen. Mich nicht mal zäuschen, oder ist das nur im Sommer? Weiß nicht. 7,6 Meter. Wie viel? 7,6 Meter. 5,3 Meter. 6,6 Meter. 5,6 Meter. 5,6 Meter. Das ist eine Säule. 5,6 Meter. Ich habe einen Schraub und einen Schraub. Musik 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 Kräftig mal in den Schnee Musik 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 Was halten hier über die Leute? Was halten hier? Was halten hier? Das war unser Ausflug zur Gramei Alm. Wir hoffen euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann bitte Daumen nach oben und abonniere nicht vergessen. Morgen legen wir einen Skitag ein. Da könnt ihr auch dabei sein. Bis später. Tschüss. Tschüss.